Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute die Versuche nicht zu lachen Challenge und zwar nicht nur eine ich versuche nicht zu lachen Challenge, sondern eine mit Tieren ich versuche nicht zu lachen Challenge und ich bin gespannt wie das Video so ist. Ich habe ein Video mal rausgesucht, aber ich habe es selbst noch nicht angeguckt. Also die Reaktionen, die ich gleich sehen werde, sind auch alle echt und ich versuche nicht zu lachen. Aber ich kann für nichts garantieren und Leute, ich bin gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lachen musstet oder doch nicht. Das würde mich auch mal sehr interessieren und ja, bevor ich noch lange rumrede, fange ich jetzt an und ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Video. Okay, los geht's. Oh mein Gott, was geht bei dir denn ab? Oh nein, was hat die denn? Oh Gott, die Arme. Alles klar, alles klar. Oh nein, 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 nein. Nicht lachen Annelia, nein, nicht lachen, ich lache nicht, nein. Oh nein. Oh mein Gott, scheiße. Die ist da gar nicht oder was? Was macht die da? Oh Mann. Nicht lachen. Verdammt, ich habe schon verloren, glaube ich. Was ist das denn, Eichwäckchen? Wo geht die da hin? Oh Gott, die Arme. Oh Mann. Das ist eine Katze, oder? Oh Gott, sie hat sich verformt. Oh. Oha. Oh nein. Oh nein. Was macht sie da? Oh Gott, die Arme. Hauptsache, Essen. Oh Gott. Wer hat's? Was hat der denn? Ach du Scheiße. Alter, was? Warum? Oh mein Gott. Oh Mann, ich habe die Schäuze schon sowas von verloren. Ach du Scheiße. Tiere sind einfach so süß. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Wie heftig auch. Du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Was macht das Pony da? Hat das ein Haus um und am Herzen? Das muss von der anderen Seite wieder raus. Das ist ein terrible Video. Ich kann es sehen. Oh mein Gott. Ach ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott, wie süß. Was ist das denn für Tier? Oh nein, war das ein Schaf. Einige Videos sind aber echt übertrieben. Ach, zu viel vom Guten. Was macht die da? Oh nein, oh nein. Was macht die da? Ach, die versucht da ein bisschen reinzukommen. Oh mein Gott. Kette Fisch. Nein. Ach du Scheiße. Oha, das wäre voll knapp. Kein ist. Okay. Oh nein. Die fährt gleich rein. Pass auf. Die fährt gleich rein. Oder? Was macht sie da? Ja, die fällt rein. Oh Gott. Oh Gott. Geht da nach... Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Wie häng ich da mit meinem Handy so... Was ist das ein Chinchilla oder so? Ja, bestimmt. Ja. Oh nein, hier wird er... Oh Gott. Ist er da rausgefallen? Was? Oh Gott. Oh Gott, wie süß. Oh nein, er kommt nicht hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn die gleich runterfällt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mach das nicht. Nein, nein, nein. Nein! Was macht die Kuh denn da? Hä? Hä? Hat die das Ding da irgendwie drin oder? Hä? Läuft! Oh wie süß! Oh nein! Komm doch höher! Oh wie süß! Steckt er fest? Oh nein! Da muss ihm doch irgendjemand helfen! Oh mein Gott, macht das lieber nicht! Oh nein! Ohohoho! 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 Sieh! Los! Mach sie tot! Ohohohoho! Oh Gott, voll gegen sein Gesicht. Alter, wie geht das? Wie geht das? Einige Tiere sind so verrückt, ohne Scheiß, das ist heftig. Oh mein Gott. Oh, wie süß, schläft sie. Die fährt gleich hin, oder? Ja. Was macht sie da? Oh mein Gott, oh mein Gott, das war richtig knapp. Ach du Scheiße. So viele Katzen-Videos, ehrlich, Katzen sind so verrückt. Guck die mal an, was ist das? Oh Gott. Verrückte Nudel, ey. Oh mein Gott. So verrückt. Scheiße. Leute, das war es leider schon mit dem Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid es gerne mit dem Daumen nach oben und auch ein Daumen nach oben für Tiere, weil Tiere einfach so süß und lustig sind und so verrückt vor allem. Die haben Sachen drauf, ehrlich, da muss man einfach nur lachen und muss jetzt ja auch an einer bestimmten Stelle lachen oder schon grinsen. Dann schreibt das in die Kommentare, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr jetzt Bock auf einen zweiten Teil habt, dann schreibt das auch mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ja, abonnieren nicht vergessen und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, macht auch die Glocke an. Ihr wisst ja, diese Glocke da unten neben dem Abozeichen, links neben dem Abozeichen muss es auf dem Handy eigentlich sein. Ich weiß nicht, auf dem PC glaube ich auch. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal und ich liebe euch alle und ja, tschüss.